Musik Ja, ich bin Judith Eggers, ich bin am CVJM-Kolleg im dritten Jahr und wir hatten gerade eine Einheit Schwarzlichttheater und haben das in Stimmvorricht geführt. Ich hatte selbst die Weltkugel mit entstehen lassen als Puzzle und habe die Böse Schlange geführt. Das Stück hat die Vorlage von der Schöpfungsgeschichte, die wir dann überarbeitet haben und dann so umgesetzt haben. Ich finde das Tolle am Schwarzlichttheater ist, dass man nicht viel Theorie drauf haben muss und auch nicht viel vorher wissen muss, sondern einfach was ausprobiert, sich eine Schwarzlichtlampe im Baumarkt besorgen kann, für wenig Geld einfach mal ein paar Sachen anmalt und guckt, wie es wirkt und was man erleben kann. Und Theorie kann man zwar viel machen, muss man aber nicht. Und man kann das eigentlich, das ist eine Technik, die man sofort anwenden kann, wo man in kürzester Zeit ein Ergebnis sieht und viel Spaß in der Praxis haben kann. Die Herausforderung ist, dass man mit Schwarzlicht natürlich viele Möglichkeiten hat, was rumzusetzen. Viel mehr als wenn man ohne Schwarzlicht arbeitet und jetzt in der Geschichte Elemente zu finden, die man schweben lassen kann, die man fliegen lassen kann, mit denen man einfach ein schönes Bild erzeugen kann und gleichzeitig das Ganze auf so einen kleinen Raum darzustellen mit den begrenzten Möglichkeiten. Am meisten hat mir das Spielen Spaß gemacht, also wirklich das Ausprobieren, wie wirkt was, zu gucken und einfach die Gemeinschaft, die man da auch hat.